einen wunderbaren guten tag mein name ist mario und ich will mit ihr auf spuren suche gehen mit 100 fragen reißen wir einfach mal die mausgraue oberfläche auf und schauen was sich darunter verbirgt lust mitzukommen dann bleibt dran und heute zur allerersten sendung freue ich mich total den stefan lange hier zu haben stefan ist buchautor und betreibt die kontrovers diskutierte youtube senderei komm lieber tot in der er schonungslos von seinem leben erzählt bis es im suizidversuch endete willkommen zum dritten teil des podcasts auf spuren suche mit dem stefan lange wir sitzen hier und er zieht jetzt nummer weiß ich nicht die nächste frage einfach und lass uns mal überraschen die ziffern die einige sehe ich und das aber ich bin ich muss das die 54 ist sogar mein alter zufall mal sehen was sich hinter meiner zahl verbirgt wie kann man wissen was gut und was böse ist wie kann man das wissen man kann es wissen im voraus wenn man sich erkundigt nicht also wenn man dinge plant oder oder auf erfahrung anderer wird die frage man die können sagen was gut und was böse ist dadurch sind wir geprägt durch kategorisierung im leben zum beispiel ganz klassische kirche gott ist gute teufel ist böse aber wer bestimmten was gut und böse ist ja ich sag mal so das ist das ist eine gesellschaftliche norm wie wie man das herausfinden kann dass also manchmal kann man es im voraus das wollte ich eben sagen nicht wissen dann sollte man sich auf sein bauchgefühl verlassen oder dem nachgehen und das bauchgefühl wird gespeist durch erfahrung die wir im leben machen also gute und schlechte erfahrung und nach diesem system handeln wir uns ja weiter im leben und wenn eine neue herausforderung auf uns wartet oder neue begegnungen oder so dann kann man es nicht immer wissen man kann es erahnen und so was wir wünschen uns natürlich immer dass es gut ausgeht aber manchmal geht es auch böse aus und manchmal denke ich also heute bin ich so wenn ich viel gelassener oder auch hatte ich habe ich ein bisschen mehr selbstbewusstsein nicht ich erlebe selbst auch enttäuschung als menschliche enttäuschung und dinge die mir nicht gut tun oder mir wird nichts gutes getan nichts gutes angetan ich lasse mich darauf ein und so was nicht nach dem motto ich wie du das vorhin so schön sagt ist manchmal bucht man das ab als als lebens ereignis und dann so diese innere gelassenheit zu finden das kommt aber mit dem mit der zeit mit den erfahrungen mit dem alter vielleicht dass wie kann man wissen was gut und was böse ist ja das kannst du nur wissen in dem leben lebst einfach erfahrung sammeln das ist meine idee dazu also ich habe festgestellt dass sich auch das bei mir verändert hat also auf der einen seite gibt es den blick auf die normen die uns sagen das ist gut das ist böse komme ich in ein anderes land auf ein anderes kontinent dann erfahre ich auch das ist gut und das ist böse das kann direkt was anders sein als das hier der fall ist aber ob jetzt etwas gut oder schlecht ist erfahre erfahre ich mehr und mehr tatsächlich durch die intuition durch mein bauchgefühl und ich lasse mich ich mache ganz ganz viele entscheidungen sehr zum entsetzen von menschen die mit meinen entscheidungen zu tun haben aber manche entscheidungen treffe ich nicht nicht mehr auf basis von normen oder von argumenten sondern ich spüre einfach in mich hinein fühlt sich schwer an oder fühlt sich leicht an und wenn es irgendwo nur ein ganz ganz kleines krummeln gibt dann dann frage ich mich okay kann ich dieses krummeln beseitigen wenn ich vielleicht irgendwie eine kleinigkeit veränder an dem was ich vorhabe oder oder an dem oder an der situation in die ich mich hineinbegeben will und wenn ich das nicht kann dann lasse ich es einfach sein ganz egal was andere sagen und wenn sich so richtig leicht anfühlt und in mir schreit auja dann mache ich es einfach ja aber das ist ein sehr guter gradmesser aber manchmal tue ich auch dinge von denen von denen ich meine vielleicht im vorhinein annehme dass sie nicht gut sind oder sie schwierig werden also jetzt heißt es hier gut und böse das sind jetzt die äußeren enden der skala aber ich habe schon dinge getan wo ich dachte so ruhe das das kann nicht gut werden du solltest das vielleicht nicht tun aber das war verknüpft mit einem wunsch dann habe ich trotzdem gemacht und hinterher war es viel besser und ein heilsamer nicht das muss man auch mal auch mal gutes auch mal böses was man sich so vermutet durchschreiten das ist auch wichtig und darum kannst du vorher nicht wissen du vermutest es wird böse das geht nicht gut aus und sich trotzdem darauf einlassen klar natürlich da nicht dabei bleiben wenn es wirklich ganz schlecht ist oder sowas da muss man natürlich auch erkennen wo das ende ist aber ich habe mich auf dinge eingelassen die wo ich die einung hatte dass das wird böse und habe meine erfahrungen durchgesammelt und die sind wichtig und nur so kann man sich auch da weiterentwickeln und auch letztendlich diese diese intuition dann auch so ein bisschen wachsen lassen und wie du schon richtig sagst gut und böse das ist das ist die polarität haben wir überall das ist das äußerste ende und es gibt eben ganz ganz viele zwischenstufen und die kann man nicht wissen aber manchmal grummelt es in uns und da ist jetzt vielleicht wieder mein mein bezug zur zum zum zur wiedergeburt wo ich sagen wer weiß vielleicht grummelt es ja auch weil ich bestimmte erfahrungen schon mal ganz anders gemacht habe und man mich warnt das weiß man nicht also wie gesagt aber wie gesagt man soll sich auch mal auf dinge einlässt ich nehme mal die 87 so alt werde ich gar nicht erzähle uns dem peinlichsten moment deines lebens um gottes der peinlichste moment das ist auch wieder so superlativ der peinlichste moment da gab es auch nur ein peinlicher moment es gibt viele peinliche momente sagen wir ein sehr peinlicher ein sehr peinlicher moment vielleicht was lustiges und sowas also ich war mal in japan und hat dann praktikum gemacht und der abteilungsleiter waren deutscher das war der herr klose in der firma nicht und sonst haben da nur japaner gearbeitet ich kam neu nach tokio und das alles war so anders und so schwierig und damals war ich habe ich betriebswirtschaft studiert und das auslandspraktikum sollte mich natürlich befähigen für höhere weinen ich wollte in diesem konzern vielleicht etwas werden und in der ersten woche habe ich mich mit anderen getroffen die auch praktikum gemacht haben und wir sind in einen biergarten gegangen und in japan ist es nun so man kann nicht einfach ein restaurant gehen und sich zum platz einfach aussuchen und sich hinsetzen man muss überall anstehen wird aufgerufen und ich war mit den anderen zusammen dann am eingang von einem biergarten da wollten wir uns ein schönes bierchen gönnen das sah eigentlich so aus wie so ein deutscher biergarten mit lampions und so und da wird man natürlich dann aufgerufen mit namen und die japaner ja die sagen natürlich dann eben ihre namen nicht und wir haben uns ganz lustige namen ausgedacht zum beispiel wie hodensack fotzenschwanz und was weiß ich was und ja dann haben wir gewartet und wir haben uns so beömmelt dann sagte der japaner wir wurden in den biergarten geleitet und wurden an einen tisch gesetzt ja das heißt dann unser abteilungsleiter der herr klose werden mit einer delegation des konzerns aus deutschland und wir saßen genau daneben und ja das war sehr sehr peinlich höchst peinlich und dann sagte dieser boss da aus deutschland der war glaube ich im oberen management sagt er so sie haben sehr interessante namen nicht und wie war noch ihr namen hat noch einen namen gefragt und sagte ich glaube nicht dass sie eine große karriere in unserem konzern vor uns haben das war sehr ernst das war natürlich nicht so ernst gemeint aber sagte ganz deutlich solche dinge kannst du nicht bringen das war mir höchst peinlich okay das war mal vielleicht etwas lustiger ist also okay aber das ist ein moment an den ich mich heute noch erinnert der höchst peinlich war das glaube ich das glaube ich das kann ich mir vorstellen wir wollen ja auch mal ein bisschen die humoristische seite ich habe auch einen ganz tollen feinlichen moment der war wirklich treibt mir immer noch die schamesröte ich kannte schon längere zeit einen sehr netten kerl und mit dem die haaren belagen halt irgendwann mal so im bett ja und haben rumgealbert und dann sagte ich plötzlich auch weißt du was ich übrigens kann also ich kann meine bauchmuskeln so bewegen dass mein bauch so wellen macht deshalb früher mein opa hat da schon hat er hat mir wellen mehr auf dem bauch gemalt hat ein schiff drauf gemalt und dann habe ich den bauch wackeln lassen der hat es mit der videokamera aufgenommen und das schiff geht halt so hoch und runter und das habe ich ihm erzählt was ja lass sehen kein problem und stelle mich so hin und fang fang das an und das stimuliert halt dann leider so die komplette darmflora und ich habe das so zweimal gemacht und auf einmal macht es einen riesen kracher und ich furze wie wild ja und das sozusagen in unserer zweiten nacht das war sehr aber wir haben sehr viel gelacht er hat mich auch nicht verlassen aber das war sehr peinlich auch durch diese momente muss man angenehm war das nicht darüber zu sprechen wir kommen zurück zu ernsten dingen was hast du heute schon gelernt wie was habe ich heute schon gelernt was habe ich heute schon gelernt man belehren ja jeden tag und das ganze leben lang was habe ich heute gelernt ja heute habe ich wieder mal gelernt dass ich ein sehr ungeduldiger mensch bin ich hatte nach berlin musste ich anreisen verkehr war recht dicht und auch zu mario zu kommen war nicht einfach und ja ich merke einfach dass ich zu ungeduldig bin manchmal mit mit menschen das habe ich mal wieder gelernt dass ich eigentlich ein sehr ungeduldiger mensch bin das habe ich heute wieder mal gelernt dass ich muss ich mich wieder mal achten okay das habe ich gelernt ja das bin ich auch ungeduldig ohne ende und es fällt mir wirklich schwer egal ob mit meinen studenten oder hier auch mit meinem partner oder auch anderen menschen manchmal so die notwendige geduld aufzubringen insbesondere dann wenn ich denke ist doch sonnenklar und dann wird es wirklich schwierig aber was hast du heute das würde mich mal ja das überlege ich jetzt gerade mit schrecken und ich glaube ich habe echt nicht wirklich vielleicht hast du auch nichts gelernt das kann ich glaube ich habe heute nicht wirklich was gelernt doch ich habe ein schreiben mit einem verwarnungsgeld bekommen und die tat liegt ein jahr lang zurück und ich dachte eigentlich okay das ist gegessen und wo liegt die leiche sagt und ja nein ich musste lernen dass die behörden nichts vergessen und dass sie einfach nur so langsam sind und ja ich habe auch mittlerweile bezahlt das hast du nämlich gelernt weil der staat ist unerbittlich so ich greife mal aus dem oberen bereich wieder weil der mario hat ja wahrscheinlich mal sehen ob er bis zum ende die geduld hatte noch zu schreiben wir sind bei frage nummern 92 was ist was längeres für euch wenn du in fünf minuten sterben würde ist ohne noch mit jemandem gesprochen zu haben was würdest du bereuen nicht getan zu haben sehr geile frage was würde ich bereuen nicht getan zu haben es gibt wirklich momentan nichts was ich nicht bereue denn die dinge das ist sehr gut das habe ich mal ganz plötzlich gelernt auf nichts mehr zu warten im leben und dinge die die man tun sollte oder so mal ich würde gerne noch mal dahin dahin gehen oder das und das machen oder dem und dem verzeihen oder den und den wiedersehen ohne scheiß nicht drauf wagen du weißt nicht wann es zu ende geht das das hören wir immer wieder diesen spruch aber es ist tatsächlich so als mein bruder gestorben ist jetzt ganz plötzlich gestorben vor vielen jahren vor 21 jahren der war nicht mal der war knapp 35 der hat sich abends ins bett gelegt und ist nie wieder aufgestanden und der hatte sich ja noch ganz viele pläne und das war so ein einschneidendes erlebnis für mich dass ich dinge nicht mehr aufschiebe auch wo wir vorhin waren bei dem thema so unangenehme dinge zum beispiel für mich war es ganz wichtig entscheiden in meinem leben ich musste noch mal in eine bestimmte stadt weil mit dieser stadt sind änderungen verknüpft und ich wollte eigentlich da nie wieder hinfahren an diesen ort wollte da nicht wieder ran zu nicht zurückkehren wollte nicht wieder hin weil ich angst hatte vor gewissen emotionen aus der vergangenheit und dann habe ich noch als ich die idee hatte habe ich die sofort umgesetzt habe gesagt nee worauf willst du warten ich will da noch hin zu lebzeiten das war wichtig da noch mal hinzufahren nicht mehr aufschieben gar nichts mehr wenn ich jetzt gehe dann habe ich zwar viele dinge nicht erreicht die die langfristige pläne das und das nicht oder dieses land habe ich nicht gesehen aber gut dann ist das so aber momentan muss ich niemandem verzeihen ich bereue nichts und das ist ein gutes gefühl das macht mich sehr frei das macht mich auch so ein bisschen angstfrei vor dem tod wenn kann ja sein dass ich hier auch an der bus haltestelle einer fährt blöd zack oder dann bin ich weg nein ich würde dann sehen okay alles gut also es gibt nichts was ich bereue das ist eine ganz wichtige frage und darüber sollten sich alle klar sein wenn du etwas wenn du was auf dem herzen dich bedrückt oder auch positiv was du machen mach es mach es warte nicht zu lange tue es ist bei dir das kann ich nur so bestätigen und da ich ja jetzt auch schon seit einer seit einiger zeit als trauer redner arbeite bekomme ich natürlich auch immer mit was im leben nicht gemacht worden ist und was plötzlich liegen geblieben ist und was zu extremen tramen auch führt auf auf ganz unterschiedlichen ebenen und mir geht es aber tatsächlich ähnlich wie dir letztendlich auch eine konsequenz aus aus trees of memory heraus dass ich einfach alles in die hand genommen habe was ich tun musste was ich tun wollte dass ich knallharte entscheidungen getroffen habe also auch im familiären bereich beispielsweise dass ich dann einfach gesagt habe machen wir jetzt nicht mehr und damit trennen wir uns damit trennen sich unsere leben wege und auch eigentlich so ein stück weit unserer unsere leben was gut für mich war was zwar vielleicht noch nicht abgeschlossen ist so in gänze wer weiß vielleicht gibt es da auch irgendwann mal wiederum die möglichkeit einer ein annäherung aber ich glaube da sind wir alle noch nicht so weit aber das was mir wichtig war habe ich auf den weg gebracht und und ganz wichtig das ist erst so ein paar wochen her da saß ich wirklich hier am tisch und da und habe geheult weil sozusagen die kälters das ist ein e-paar im saarland die arbeiten jetzt auch für trees of memory haben dann machen auch patenschaften und der mario ist jetzt auch im vorstand und und über die wurde quasi über ihre arbeit und das was sie für trees of memory machen wurde im saarländischen rundfunk im radio als auch im fernsehen darüber berichtet ich habe das gesehen und im zuge dieser berichterstattung fällt eigentlich immer mein name und wird erzählt worauf sich das gründet und deshalb war gar nicht der fall ich wurde noch nicht mal erwähnt und da war ich erst mal so wusste nicht ob sich mein narzisstisches ego jetzt angegriffen fühlt oder nicht das hat aber nur so eine sekunde gedauert weil ich so überrascht war und dann saß ich hier und dann sind mir wirklich die tränen in strömen gekommen weil ich wusste jetzt ist das kind losgelaufen das baby ist zum jugendlichen geworden und geht es einfach seiner wege und jetzt könnte ich tatsächlich heute sterben und und ich wüsste es geht einfach weiter und und von dem her geht es mir auch so ich kann jetzt tot umfallen wenn also es gibt ein paar schere rein weil vielleicht das eine für dann die eine oder andere finanzielle sache nicht geregelt ist aber das interessiert mich dann im großen und ganzen auch nicht mehr und von dem her das was menschlich wichtig ist ist getan weil du sagst ja nicht gesagt oder getan zu haben es gibt zum beispiel eine person mit der bin ich nicht im frieden auseinandergegangen und das war eigentlich immer mein wunsch mit dieser person ins reine zu kommen nach jahren vielleicht das mal zu klären das war nie möglich und das hat mich verfolgt wie so ein dunkler schatten das war eine schwere last und ich habe aber gemerkt dass ich alles versucht habe und sowas nicht um das zu tun mir wurde keine gelegenheit gegeben und jetzt gibt es keine gelegenheit mehr weil diese person gestorben ist nicht und wenn ich jetzt noch im letzten moment darüber nachdenken sagt ja das hättest du gerne wäre schön wenn das in deinem leben passiert wäre aber es sollte nicht sein damit kann ich auch abschließen weißt du nachdem oder dann ist es eben so aber momentan ist bei mir nichts offen und das gibt mir ein gutes gefühl ready to die gut nächste frage die nummer zwölf bevor du stirbst auf jeden fall welche unerfüllten sehnsüchte trägst du mit dir rum ja ungefüllte sehnsüchte ui 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 ja dann könnte man jetzt müsste man vielleicht mal wieder kategorisieren sind es materielle dinge oder sind es immaterielle dinge welche sehnsüchte trage ich in mir um viele also zum beispiel ich möchte noch mal nach ich meine sehnsucht von mir war immer ich möchte einmal zum nordcup mit dem auto ich wollte ja immer mal zum nordcup fahren und die sehnsucht erfülle ich mir nächstes jahr also wenn ich dann jetzt morgen sterben würde würde ich sagen oh schade hast du das nicht geschafft sehnsüchte ja das zum beispiel aber sonst eine sehnsucht ja vielleicht eine tiefe sehnsucht wäre das hatten wir vorhin auch das thema wiedergeburt ach es wäre die sehnsucht nach diesem nach dieser väterlichen anerkannt sein was ich nie hatte das ist immer so eine ungestillte sehnsucht die wird auch immer ungestillt sein natürlich man sucht sich seine familie meine familie war nicht so das pralle ich habe heute eine ersatzfamilie ersatz mutti ersatz papi so schwieger vater in spä nicht man kann sich die dinge auch suchen und auch ganz gut für sich regeln wenn man rausgefunden hat was man will aber eine sehnsucht ist eben so ja diese sehnsucht wird vielleicht nie gestillt werden nicht also das kannst du ja von dir selbst herausnehmen so dieses diese diese fällt das väterliche anerkannt sein nicht diese sehnsucht bleibt immer ungestillt aber damit kann ich leben ist okay das ist so es gibt sehnsüchte auf emotionaler ebene auf materieller ebene muss ich mal gucken wie weit reicht dein geldbeutel oder was nicht und sowas man kann sich immer ein dickes haus mit ein dickes auto interessiert mich gar nicht so sehr aber auf der emotionalen ebene gibt es sehnsüchte von denen ich weiß dass die sich nicht erfüllen also habe ich auch ungefähr gerade mit dem vater der stiefvater auch schon lange tot also da auch keinerlei aussöhnung mehr und mein richtiger vater ist ja leider auch ein jahr nachdem ich ihn kennengelernt hatte damals mit 14 einem autounfall tödlich verstorben tödlich verstorben was rede ich denn ja also verstorben und 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 die sind gern besser kennen ja natürlich also weil wir sehr ähnlich waren und früher sagte man mir immer naja ich hätte alles von meiner mutter war schlicht und ergreifend eine infame lüge war ich habe gar nichts von ihr sondern ich bin wirklich das das sowohl körperlich als auch mentale hundertprozentige abbild von von meinem vater und da hätte ich schon ganz gerne viel mehr zeit mit ihm verbracht und wenn man als 14 jähriger seinen vater auch mit gewissen sprachlichen barrieren dann dann kennen lernt da ist man halt auch extrem schüchtern und und ich hatte ja auch extrem angst weil weil ich wollte ja quasi ich war froh als man mir sagte dass mein stiefvater nicht mein richtiger vater ist das war der schönste moment in meinem leben glaube ich ja und und als ich ihn dann endlich getroffen habe und gesehen habe hey der ist wie ich dann war das natürlich eine ganz große nummer und aber wieso jetzt sprachliche problem weil er italiener und ich ganz miserabel italienisch spreche und damals und damals gar nicht da machen wir es doch so und mario ich spreche fließend italienisch und dann wenn wir beide wieder geboren werden dann treffen wir uns nochmal und dann besuchen wir deinen vater und ich bin ein übersetzer es wird künftig jeden donnerstag und jeden dienstag eine folge geben also bleibt dran und ja wir sehen uns oder wir hören uns viel besser in ein paar tagen wieder und tschüss es wird künftig jeden Abend im dr im im